Heute möchte ich dir zeigen, wie sich Führung verändern wird. Die Welt rund um uns verändert sich gerade ziemlich dramatisch, also wird sich auch Führung verändern. Und all diese Führungskonzepte, die man früher mal hatte, Managementkonzepte, Management by Objectives und so weiter, werden jetzt ganz rasant ihre Wirkung verdienen. Wie geht es dann weiter? Und eine dieser Möglichkeiten, die ich aus meiner Erfahrung gesehen habe, ist Transformationale Führung. So kurz die Erklärung, was denn das ist. Der Begriff Transformationale Führung bezeichnet den Führungsmodell, bei dem die geführten Vertrauen, Respekt, Loyalität und Bewunderung gegenüber der Führungskraft empfinden und dadurch überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Also es geht um die Extrameine. Und da gibt es einige Zutaten, wie man das erreichen kann. Es geht um die Wirkung einer Führungskraft, oder die Frage, die ich immer wieder stelle, bist du dir sicher, dass sie dir freiwillig folgen? Und die fünf Zutaten zu dieser Transformationalen Führung sind Inspiration. Diese Führungskräfte müssen irgendwie Inspiratoren sein, also irgendwie Motivation ermöglichen. Ermöglichen und befähigen, das heißt den Menschen Freiräume zu geben, aber auch alles zu geben, was sie brauchen, um ihren Job gut machen zu können. Herausforderung ist etwas ganz was Wichtiges. Visionär sein, also auch diese Kreativität des Denkens zu haben. Und die fünfte Zutat ist Vorbild sein, aber in einem ganz anderen Sinne, als wir es bisher gedacht haben. Und in den nächsten Stücken, die ich dir weitergeben möchte, möchte ich auf jede dieser Zutaten im Detail eingehen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Freude beim Thema Führung.